Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Wir waren gerade in dieser kleinen Stadt und haben ein paar Leute befragt. Und die haben uns gesagt, dass irgendwie diese Super Mutanten immer Leute entführt haben und ich deren Helfen soll, ihre Freunde zu finden. Aber ihr seht jetzt hier, erstmal müssen wir die Familie finden. Und da geht's da lang. Ich guck jetzt mich hier nochmal um, ob ich in irgendein Haus reinkomme. Pfeil. Okay. Vielleicht kann ich ihn irgendwann für eine Waffe gebrauchen. Stimmt, apropos Waffe. Diese eine, die da mir nett war, die hat uns nämlich eine Waffe gegeben. Flaschenbohnen, ähm... Nein, ich bin ja ganz falsch. So. Hier. Ne, was hat die uns nochmal gegeben? Ähm... Ne... Leute, ich weiß es nicht mehr. Den habe ich irgendwie vor kurzem eingesammelt. Der scheint prächtig zu sein. Der scheint bestimmt gut gegen diese Feuerameisen zu sein. Die in dieser einen Quest waren. Ja. Okay. Braucht uns aber vorerst nicht kümmern, weil wir ja sowieso erstmal nicht kämpfen. Aber ich denke, dass diese ganzen Häuser hier versiegelt sind. Ja gut, von hier komme ich her. Also, alles hier wieder zurück. Weil es doch hier lang geht. So. Ne, nehmen wir die Weltkarte hier hin. Okay. Okay, weiter. Genau, da sieht man schon die Ziele. Ja, also... Ich hatte eine ganz andere Vorstellung von dem Spiel hier. Ich dachte wirklich... Ihr kennt ja bestimmt das Cover von Fallout 3. Da sieht man einfach so einen Typ in so einer richtig, richtig fetten Rüstung. Oder in so einem richtig fetten Anzug. Oh, toter Sklaven. Oh, Sklavenkarte. Das kann ich bestimmt gebrauchen. Sklavenkarte. Markierung. Was ist da unten? Nö. Okay. Ich weiß nicht, was jetzt hier dazu genommen wurde. Also, ich hätte eine ganz andere Vorstellung von dem Spiel. Weil ich dachte, das wäre so voll krasses Ballerspiel. Aber eigentlich muss man ja eher rumlaufen und sich mit Leuten unterhalten. Komm her. Nein, komm nicht her. Ach. Ich glaube, so ein Baseballschläger ist doch nicht die beste Idee. Da kriege ich zu viel Schaden. Und dann habe ich halt bemerkt, okay... In dem Spiel muss man sich voll unterhalten und so. Ja, das ist... Und man knallt nicht einfach alle ab. Aber das finde ich irgendwie auch ziemlich gechillt. Also, klar, manchmal kann es schon zu kämpfen und so kommen. Sieht eigentlich ziemlich schön aus hier. Aber... Es ist eher so... Ja. Befragung und... Leuten helfen und so. Obwohl ich doch eigentlich... ...jemand böse sein wollte. Das heißt, wenn man im Spiel böse sein will... ...Leute befragen muss man trotzdem. Oh. Scheiße. Woher kommt das? Woher kommt das? Woher kommt das von dort? Äh... Mit was schmeißt ihr da? Das ist jetzt echt blöd, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass... ...ich hier irgendwo... ...vorbei muss. Ne, ich muss da lang. Aber die sehen mich hier ja schon. Vielleicht einfach vorbeilaufen. Okay, wartet, Leute. Leute, wartet. Kann man hier nicht speichern. So. Wir speichern das jetzt kurz. Und renn hier durch. Weil wir hier vorerst nicht hin müssen. Äh... Schnell. Rennen. Ich will... ...hier vorerst einfach keine Probleme mehr haben. Falsche Richtung. Okay. Okay. Ich scheine hier immer näher zu kommen. Also... ...von da komme ich ja her, Leute. Oder? Hier komme ich nicht rüber. Da drüben kommt man drüber. Juhu. Es gibt immer eine Lösung. So, dann laufen wir da drüben rüber. Vielleicht kann ich aber hier auch noch kurz gucken, was hier ist. Vielleicht ist hier ja was. Ja. Ich hab's mir doch gedacht. Oh. Die ist offen. Ein Nudelholz. Das ist sehr witzig. Wert 1. Schaden 4. Das nehmen wir mal mit. Jetzt, Leute. Ich bin so voll schlecht in Karten lesen. Ich muss jetzt gucken. Nein. Okay. Woanders lang. Woanders lang. Nein. Bitte lass mich in Ruhe. Ich komme nicht mehr in die Nähe der Stadt. Okay? Oh Gott, hab ich mich erschreckt. Oh Gott, ich erschrecke mich immer so zu Tode, Leute. Alter, mein Herz ist gerade in die Mitte gelutscht. Och, je. Ich seh ja da unten, wenn mich jemand angreift. Aber es ist trotzdem immer... Jedes Mal ist das Gleiche. Okay, ich muss jetzt kurz irgendwas essen. Wir essen zwei von denen, auch wenn ich radioaktiv verseucht davon werde. Eins davon... Mh... Malwurstrattenfleisch. Gebe ich mir jetzt. Ja, hat fast nichts gebracht. Wie schon gedacht. Ach, schon wieder jemand. Ich nehme... Diese Pistole. Ich glaube, damit kommt man besser zurecht. Was kommt denn jetzt schon wieder? Zehn Millimeter Schuss. Sehr schön. Leer. Leer, leer. Um Himmels Willen. Leute. Die sind mega gruselig. Bleibt doch weg von mir. Oh, scheiße. Hallo. Ich weiß, ich bin tot. Ach, das... Das war dumm. Jetzt muss ich hier wieder durchrennen. Schnell. Um Himmels Willen, was zum Geier ist das? Ein riesiger Mutant. Ein Typ, der irgendwie vor ihm wegläuft. Alter, wie gruselig. Okay, hier habe ich mich gerade aufgehalten. So. Schnell speichern. Da muss ich den Weg nicht nochmal latschen. Ich glaube, schnell speichern kann man mit F5. Hat mir, glaube ich, mein Freund gesagt. Stimmt das? Ja. Nützlichste... Ups. Das war jetzt falsch. Hier war doch eine Kiste mit was drin. Ja. Das Spielzeugauto. Schon wieder die... Bleibt mir doch vom Leib, Leute. wieder schnell speichern. Ich werde jetzt voll die Schnellspeicherin. Oh, wo kommt denn das wieder her? Leute. Lass mich doch endlich mal in Ruhe. Nein. Bitte. Du musst doch nur über den Fluss. Und am besten... Und am besten... Toll. Oh, nein. Hier will mich echt alles umbringen, oder, Leute? Oh. Schon wieder eine. Mausratte, verpiss dich. Hier, jetzt. Ich kämpfe. Es hat einfach kein Ende, Leute. Nochmal speichern. Richtig. Mal gucken, wo ich überhaupt hinlatsche. Ich bin hier total an der Nähe. Kann ich mich einfach einmal kurz umsehen, wo ich hin muss? Nein, kann ich nicht. Diese scheiß Viecher bringen mich davor um. Nicht gut, Leute, nicht gut. Trink mir eins davon. Äh, nochmal eins. Äh, ich muss hier das Wasser? Gut, davon habe ich noch eins. Schauen wir mal, wie viel ich habe. Nicht viel. Nehmen wir eins. Okay. Das hat jetzt mal aufgehört. Und ich glaube hier... Hä? Ist es das schon, Leute? Ach, das ist immer diese... Muss ich in die Richtung? Ja, ich muss in die Richtung. Hä? Bin ich hier schon richtig? Ich bin hier. Richtig, Leute. Man glaubt es kaum. Schnell speichern. Hihi. Freiluftkino. Ich habe es gefunden. Okay. Ich dachte, es wäre spektakulärer. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Spielzeugauto. Hier, Spielzeug von einem Jungen. Vielleicht ist er hier. Ja, natürlich ist er hier. Warum sonst würden die mich angreifen? Okay. Okay. Schnell. Ich brauche eine Waffe. Leute, was nehme ich? Äh... Flammbäerwaffe. Chinesisches Sturmgewehr. Schaden. 26. Schaden. 6. Okay, das scheint gut zu sein. Hallo. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich treffe dich doch hundertmal. Ja, endlich. Das war ja ein Supermutant. Jagdflinte, okay. Alter, Nagelbrett. Okay. Hätte ich alles mitnehmen können. Ihhh. Ich bin ja hier bei den... Natürlich kommen dann Supermutanten. Hallo, Mond. Mann. Hätte ich die vom Weiten mal erkannt. Das hätte mich viel mehr gegruselt, weil die echt gruselig sind. Schauen wir uns mal hier um. Was wir finden. Kamera. Okay. Kameras sind cool. Tasse. Stangezigaretten. Ja, gern. Wisst ihr, auch super. Okay, wenn ich da jetzt reingehe, Leute, dann mache ich mir in die Hose. Okay, schnell speichern. Und vielleicht versteckt. Vielleicht einfach mal ein bisschen diskreter vorgehen. Vielleicht funktioniert das hier. Ich glaube es kaum, Leute. Aber vielleicht. Kleiner Junge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier zwar hier Spielzeug war. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich mache mir die Hose. Alter, der hat eine Waffe. Ich bin gleich tot. Beste Idee, Leute, davor schnell zu speichern. Okay, ihr seid böse Supermutanten. Das Versteckzellen war schon mal super. Aber der hat eine krasse Waffe. Was mache ich nur damit, Leute? Vielleicht von vorne rein. Den hier so, äh, mit Schutz versuchen abzuknallen. Und nicht einfach auf offenen. Okay, laufen wir da mal hin und gucken, dass der kommt. Gefunden. Ja, schön für dich, aber... Jetzt komm erst mal her. Komm her. Kommt dann noch andere? Super Mutantenwist. Leute, wie soll ich das besiegen? Nochmal schnell speichern. Oh, der kommt her. Okay, er hat nicht mehr viel Leben. Ich schaff dir das Leben, Alter. Du bist tot. Nein, 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 nein. Du schimpfst vor mir. Klar? Du schimpfst vor mir. Klar? Oh, der schimpfst vor mir. Ich schaff das. 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 Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Oh, nein. Ich hab kein Magazin mehr. Jagdflinte. 13. Kampfflinte. 29 Schaden. Das sieht doch gut aus, Leute. Du kriegst jetzt Schaden von meiner fette Kampfflinte. Es ist nicht mehr viel. Leute, es braucht nicht mehr viel. Dann hab ich dich klein. Ja. Ich hab's geschafft. Ups. Du bist tot. Yay. Minigun. Das sieht alles super aus. Ach, ich kann noch ein bisschen was tragen. Richtig cool, Leute. Hoffentlich ist hier viel drin. Aschenbecher. Kalkis Geld. Okay. Konnte ich bisher noch nirgendwo jemanden verkaufen. Keonspaltungsbatterie. Keonspaltungsbatterie. Pfeile 4. Okay. Äh. Nö. Nö. Ehrlich, nö. Leer. Leer. Yay. Das ist super. Nur eine einzige H-Klammer. Okay. Schuss ist super. Davon hab ich schon welche. Ich kann ja mal gucken, was ich für ein Messer habe. Leute. Ähm. Wert 3. Wert 15. Also ich hab ein gutes. Ich kann ja das Wert 6 noch mitnehmen. Hier hat's ja zum Glück total viele Kisten. Vorkriegsgeld. Hm. Hier sieht man einfach nur schwarz. Also. Ich glaub, das war's. Das war immerhin eine kleine Ausbeute. Warte. Die Stelle hätten wir geschafft. Ich übertreib jetzt lieber ein bisschen mit Speicheln, Leute. Weil. Das war gar nicht so einfach. Ich find, die Supermutanten sind echt gemein. Hamilton's Schrift. Was ist das? Okay. Ich denk, da bin ich grad in der falschen Richtung. Lieber immer nochmal. Liegt da jemand? Nachgucken, ob die Richtung stimmt. Ähm. So halb. Hier. Hier muss ich lang. Okay. Ja, da war ich ja vorhin da richtig. Dieses Haus wahrscheinlich. Okay. Da haben wir nichts. Okay. Dann haben wir es aber erledigt, Leute. Einfach jetzt zu dem scheiß Schlupfwinkel gehen und die Sache erledigen. Ich hab aber nicht so viel Leben, leider. Nehmen wir nochmal eins. Oder zwei. Immer noch nicht voll. Maulwurst, Rattenfleisch. Ja, schon besser. Und Waffen. Da braucht man ja auch natürlich viel Munition. Also hier hab ich viel Flammenwerfer, die Flente geht. Da hab ich nicht mehr so viel Minigun hab ich jetzt bekommen. Und da sind 227 Schüsse drin. Hm. Wieso nicht? Die ist ziemlich mächtig. Ihre Waffe ist in einem schlechten Zustand. Sie ist weitaus wirksam, wenn sie repariert wird. Sie können gegenständlich ihren Pitboy selbst reparieren. Oder einen Händler suchen. Müssen sie die Teile einer ähnlichen Waffe verwenden. Hm. Reparatur. Sonstiges. Wie tut man nämlich was reparieren? Das weiß ich nicht, Leute. Reparieren. R. Aha, ich verstehe. Das Kampfmesser. Gegenstände Reparatur wählen. Ja, das ist doch das mega bessere Kampfmesser. Okay, cool. Das hab ich jetzt verstanden. Ich kann hier natürlich nicht alles reparieren, weil ich überhaupt nicht alles da hab. Die Messer könnte ich reparieren und sonst eigentlich nichts. Sturmgewehr. Ne. Warte, ich nehm diese. Diese Waffe, die ist ja fast kaputt. Ach je, ach je, ach je. Nimm mal die Jagdflinne mal. Und guck noch mal die Map an. Ich will mich wirklich nicht verlaufen. Okay, passt. Und ich komm hier natürlich nicht rüber. Ich bin ja vielleicht eine. Da drüben komm ich wieder rüber oder wieder da drüben. Nicht so cool. Ähm. Ach, okay. Ist ja überhaupt nicht weit. Kein Problem, Leute. Hier kommen nur wahrscheinlich wieder diese scheiß Maulwürfe. Dann muss ich halt schnell die Waffe wechseln. Ja. Hab ich's gewusst? Oder hab ich's gewusst? Von Bonua bestimmt diese Mollekirks-Dinger. Ich will gar nicht gucken. Die Musik kommt doch immer bei denen. Irgendwas, was laufen kann. Ja. Aber wenn ich so einen töte, gibt der mir tolle Sachen. Ich hab so Angst vor dem. Da schießt irgendjemand mit nem Laser. Boah, ist der krass drauf. Ich darf dir nicht so nah kommen. Leute. Ich hab so Angst vor solchen Viechern. Stirb. Mama. Bleib mir weg. Ja. Ich hab's geschafft, du scheiß Viech. Ja. Speichern. Puh. Super. Dich ess ich jetzt. Und das ess ich auch noch. Auch wenn's nicht wirklich was bringt. Ja, Leute. Da hab ich halt nicht so allzu viele von. Die sind sehr teuer. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Ja. Ich wurde nur kurz aufgehalten, Leute. Aber ich werde da jetzt hinlaufen. Und der Sache ein Ende machen. Ähm. Hä, bin ich da direkt dran vorbeigelaufen oder wat? Die muss sein. Hier ist was. Aber was? Woher kam denn der Laser? Also hier sind nur Autos. Ey, Leute. Ich und meine Orientierung ist echt grauenhaft. Ich bin doch da. Was soll hier jetzt sein? Ist hier irgendwas drunter? Ja. Ja. Schlupf-Winkel. Ich bin da direkt dort. Ich bin da direkt dort. Ich war doch jetzt überall. Und das war der einzige Punkt, wo ich noch hin musste. Vielleicht ist das irgendwie echt so der Eingang hier unten. Oder so. Kann ja sein, Leute. Also, mehr kreativ. Könnte ja sein. Ähm. Es hieß ja Schlupf-Winkel, oder? Hier scheint nicht richtig zu sein. Hier gibt's Zeug. Schotpatrone. Verschlossen. Was? Die Trichfähigkeit. Sehr vielleicht verschlossen. Okay, dann versuchen wir das mal. Wir knacken doch nie irgendwas. Was? Nee? Auch nicht. Vielleicht die Richtung? Oh nein! Gar nicht. Bisschen. Auch nicht. Ja! Pfeile, für was ich jetzt gerade gar keine Verwendung habe. Oder ich es noch nicht herausgefunden habe. Ja gut, Leute. Wohlang? Was machen? Knacken wir mal weiter. Das ist nicht die richtige Richtung. Oh. Das ist doch super. Was ich mit denen machen kann, keine Ahnung. Aber. Nochmal Schuppratrone. Okay, das war jetzt ziemlich viel. Das sieht aus wie ein Weg. Freiluftkino. Ja super. Da war ich doch schon, Leute. Das sieht jetzt auch mehr aus wie so ein Freiluftkino. Weil ich jetzt hier so hingefunden habe. Okay. Aber. Noch nicht entdeckt? Hm. Leute. Das schaffe ich noch in der Folge. Und raube davor erstens das scheiß Vieh aus. Das ist ja irgendwo hier. Genau hier. Wahrscheinlich habe ich keine andere Wahl, als einfach hier drum rum zu laufen und das versuchen zu finden. Ja. Okay. Das wäre erledigt. Ich war nur nicht ganz, ganz, ganz genau an der Stelle. Aber jetzt muss ich auch den Jungen finden. Also, ich meine, es gab doch nur drei Punkte. Leute. Das waren die Punkte. Und jetzt? Hier hinten ist die Metro. Hier hinten ist die Metro. Da war ich. Das soll anscheinend irgendein Schlupfwinkel sein, was... Wo ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Hier läuft irgendjemand. Oder irgendwas. Was bewegt sich denn da? Puh, Leute. Keine Ahnung. Ich bin doch... Ja, okay. Gefunden, aber... Der Junge war ja... Es war ja keine Spur von dem Jungen. Also, ich hätte eher gesagt, der ist bei einem Freiluftkino. Weil... Vielleicht kann man hier nochmal... Hm. Megaton. Also. Ich glaube nicht, dass die so weit wechseln. Also, das waren doch diese drei Sachen hier in der Nähe. Diese. Schuh. Äh, nee, diese drei. Ich gehe jetzt mal zurück zu Arf. Das bringt mir eigentlich nichts dazu. Da ist jemand. Ah, nee, da ist etwas. Was ist das? Es gibt viel Arbeit zu tun. Und die Enklave ruht sich nie aus. Niemals. Bis zum nächsten Mal. Das war ihr Präsident. Gut. Der nervt jetzt nicht mehr. Verstehe ich nicht, Leute. Ich sollte hier doch noch irgendwas finden. Ja, hier war ich schon. Tja. Welchen Jungen jetzt gar nicht finden? Schauen wir nochmal in die Notizen rein. Es gibt Hoffnung. Es gibt einen sicheren Ort. Suchen Sie den Tempel der Einheit, wo... Einheit, wo aus Sklaven freie Menschen landen. Gehen Sie nach Norden, Richtung... Ja, Aufgaben... Die Familie finden. Du siehst Botschaft übermitteln. Pfff. Wo soll das sein? Hm. Also... Leute, das weiß ich gerade nicht. Aber ich versuche es herauszufinden. Und... Frag dann mal meinen Freund gleich. Aber bis jetzt bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Und wir werden das schon irgendwie hinbekommen, den Kleinen zu finden. Vielleicht liegt er auch einfach tot irgendwie rum und ich habe es nicht gesehen. Ich meine, ich hätte jetzt eher gesagt, gut, der ist da bei dem Freiluftkino, weil da ja Spielsachen waren. Dann hätte ich seine Leiche finden müssen, was ich jetzt noch nicht direkt gefunden habe. Aber okay. Das werde ich in der nächsten Folge herausfinden. Dankeschön fürs Zusehen. Und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss.